This is a man who needs a woman. Vielleicht entdeckst du ja noch eine ganz neue Seite an mir. I'm not afraid to say what I feel. I'll never be unfaithful. Wenn du mal wieder falsch abbiegst, ich hole dich ab. Überall. Wir haben uns geküsst. Ja. Und der Kuss war schön. Ja. Ist ja nicht passiert. Nur ein Kuss. Eben. Wird ja auch nicht... ...wieder... Und der Liebe gibt es keine Geheimnis. Ihr seid meine ersten Freunde schon immer. Wenn wir jetzt noch zurück. Katrin. Ich will überhaupt nicht zurück. Ich will zu dir. Ich will all my world in my night. If I don't live up to this promise. Er muss sich erstmal an den Gedanken gewöhnen. Wir doch auch. Für uns ist es aber schön ungewohnt und für ihn seltsam ungewohnt. Ist das nun gut oder schlecht, dass wir die beiden geben? Es ist gut. Schlappen wir heute bei dir oder bei mir? Bei dir? Geben Sie mir das Handy! Wir sind im Streit auseinander. Weswegen? Sie hatte Bedenken wegen Südafrika. Ich war anderer Meinung. Ich war einer Meinung. Ich dachte, du wärst nicht. Was? Aber als ich das Auto gesehen habe, da habe ich gedacht, du bist... So schnell bist du nicht los? Ich möchte mit dir zusammen sein, Herr Ost meines Lebens. Egal was kommt, ich weiß, du brauchst keinen Rötter, keinen Edith beschützt, machst du alles alleine. Und mit jedem Tag, an dem wir zusammen sind, wird's immer klarer. Das klingt ja fast wie ein Heiratsantrag. Sie ist einer. Willst du mich heiraten? Den Mann, den du schon so lange kennst. Der kein Handwerk hält. Der nicht kochen kann. Der keine Ahnung hat, was Romantik ist. Ja. Das mit einem Handkuss vor Jahren begann, wird heute zu dem, was es vielleicht schon seit langer Zeit sein sollte. Dich verankt. Der nicht mehr. Das mit einem Handwerk. Der nicht mehr. Der nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020